halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zur hitman beta zu einem kleinen angezockt dieses tollen spiel ist wir sind ja gestern gestorben und jetzt versuchen wir mal einen anderen weg können jetzt gerade wie lange laufen wir wollen böse waffen ja wir gucken uns jetzt die pläne an dann müssen wir wieder in so das sollte kein problem sehen und das haben wir schnell gemacht jetzt probieren wir mal ein bisschen aufzupassen war bei dem scheiß schleudersitz halt stopp wir sollen ja das mitnehmen und diese beiden genau diese beiden dürfen uns nicht sehen wie lange sind die abgelenkt muss das nur ganz schnell machen so halt natürlich falsch so schön ist wir können jetzt als mechaniker hier glaube ich rumrennen wollen oder das letzte ist wir sollen ihn eliminieren 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 den ein ja auch dürfen wir als bescheiniger ok der repairman oh ja der repairman das ist ein aufpassen ja sagen wir den da schon wieder so the soviet ambassador he was one of janice's people man of peace voice of reason this could be useful quintessential good russia makes it all the way to the inner circles of washington and what will you listen he flips lands the defect okay so on the very night he's supposed to meet with the foreign minister jasper knight one of janice's turned american agents there's no choice but to break cover in a so apparently jasper knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the soviet union and he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in moscow doesn't strike me the call will come through in the restricted but otherwise unguarded radio my problem is that i'm not sure if i can't understand the kgb top spy master and i don't know what i'm doing now russpring protokoll mit neid wo geht es um die texte das zudem wirst du mit kenneck und ob es sich die protokoll mit neid wo geht es um die texte das zudem johol ach so nun alles klar Ich hab die jetzt angesprochen bloß. Ja, was soll denn so eine Klammer denn jetzt hören? Was soll nicht so das Ding sein? Wo ich den jetzt auch locker leicht hätte da hinten töten können. Äh, Chasper. Lass mich raten, ich würde auch nicht raten. Okay, 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 okay. Na toll, wir haben keinen... Wir haben keinen Dietrich. Ich muss mal ganz dick sagen, Scheiße. Wir brauchen einen Dietrich. Wo kriegen wir jetzt den Dietrich her? Oh, 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 oh. Oh, okay. Oh, someone didn't hier. wir sehen ein kleines bisschen anders aus das habe ich bald hier mich aber wieder mal preis gegeben aber das scheint er um rumzulaufen das heißt wir könnten normalerweise mal probieren dem aber weiterhin zu folgen und den woanders wegzuschnappen wo kommt man denn hier hin wo kriegen wir denn doch mal rein darf man aber hier gibt es trotzdem kein dietrich ich denke mal mit dem obwohl die die dass da jetzt bestimmt da raus ist aus dem raum ich gucke ich gehe jetzt hier rein so so wo ist er denn jetzt schon wieder hin und der herr jasper ja dann komm da fängt man jetzt ja gut okay Oh quatsch jetzt Nein, 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 tu es nicht Ach, wir waren so weit, wir waren so weit, wir waren so weit, liebe Freunde Ach, wie konnte man mich denn jetzt entdecken, was ist denn nur los, warte mal, wir sind jetzt hier Boah, wie ärgerlich Wie ärgerlich, wie ärgerlich, wie ärgerlich Okay, wir sind jetzt hier und wir haben das Rap gemacht hier, denke ich mal Nein, wir müssen das noch sabotieren Und jetzt natürlich bis der vorläuft Da müssen wir mal kurz ein Stück warten Na komm, genau Sauber So Nein, 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 nein Mein Gott, geht mir das auf den Geist I'm warning you, mister Huh, what's wrong with this guy? Playing jack at a time like death? Yeah Ja, und was mache ich? Warum? Nur weil ich hier rumlaufe Das gibt's doch gar nicht Boah, jetzt verkack ich hier total Meine Fresse Boah, es ging doch so gut los Was ist denn los mit mir an der Aum Ach ja Okay Dann gehen wir noch mal den Sitz auseinander nehmen Was, jetzt quatschen die auch noch? Ja Ja, da warten wir mal eine Runde Ja, ich gehe hier schon weg Ich frage mich echt, warum der mich gerade So, noch mal Na, jetzt ein bisschen vorsichtiger Und wir gehen jetzt wieder hier rein Bin ich denn Ja, ich bin vor uns als Mechaniker hier überall reingekommen Und dann auf einmal jetzt geht's nicht mehr Ja, was ist denn hier los? Ich glaube, wir sind hier hoch Ja, bin ich Das ist er doch Ach, dahinter sind wir gelaufen, genau So Ich entdecke mich denn jetzt hier schon wieder So, okay Okay, ähm, wir sollen jetzt hier auf der Map Diesen Typ da Ach so, jetzt macht er ja wieder so'n Kack-Gedöns Da müssen wir wohl warten, bis er wieder zurückkommt Was? Ich frage mich gerade, warum wir das nicht mehr einstecken haben So Ach, guck mal Was soll denn das was bringen? Ach, die sehen das auch noch Ja, Entschuldigung Ja Ja, komm mit Komm mit, wir hinten rein Komm her Komm her Was denn Jesus Christ Somebody help me, yo Das gute ist, ich könnte dich jetzt einfach mal Ich würde sagen Komm Komm mit Zack Komm, scheiß drauf Ja Nehm bitte mit Danke Ja, so kann man es auch lösen So kann man es auch lösen Du mit rein Wo ist der letzte noch? Den kann man jetzt leider nicht mehr mit hier reinstecken Aber wir können ja wenigstens hier rein tun Äh, hier rein, ja Hier reinlegen Ach so Und ab To the exit Na gut Na gut, dann haben wir jetzt Den Sitz denke ich mal umsonst Manipuliert Was mich aber jetzt nicht weiter stören soll Der Typ ist tot Und das reicht mir schon Und das reicht mir schon Vielleicht gehen wir doch lieber mal rein Dann lassen wir mich jetzt hier entdecken Und dann Mä, 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 mäm, mäm, mäm Jester, wie es ist Ja, liebe Freunde, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für das Angezockt der Hitman-Beta, ja. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich das Spiel euch raten zu kaufen. Ich muss sagen, es ist wieder mal cool, aber wie gesagt, was mich eben abschreckt an dem Spiel, ist eben, dass das alles in Episoden gemacht wird. Ach komm, wir gucken uns, das ist immer schon zu sehen. Er hat seine Hand und er hat verloren. Er kann uns nicht jetzt aufhören. Ich glaube, es ist jetzt nicht so gut, ich kann es nicht glauben, dass wir ihn mit seinem eigenen Spiel haben. Wenn ihr wisst, ihr enemy. Ganz richtig. Ich muss euch sagen, die Träuung warst, nach Rumänien. Unsere Team hat keine Rekord von einem Kind gefunden. Kein Name. Kein Name. Ich glaube, sie haben mich 47. Das ist nicht ein Name. Und wir sind sowieso durch. Durch die Beta. Und ja, auf jeden Fall wieder sehr cool. Aber wie gesagt, was mich abstreckt, das habe ich ja schon gesagt, ist, dass es in Episoden rauskommt und kein vollständiges Spiel ist. Aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Wieder viele verschiedene Wege. Und ja, ich stelle mich natürlich an, wie immer, und auf jeden Fall sehr cool. Ja, würde ich sagen, ich bin noch sehr am Knurbeln, ob ich mir das Spiel holen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Spaß macht's. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns irgendwann mal beim nächsten Angezockt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, ciao.